Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Pal-World, wo aus Pokémon ist. Pal wird nur von Pokémon geklaut. Das alles gehen wir heute in dem Video durch und auch mal ganz grob, was ist überhaupt Pal-World? Also Pal-World ist ein Open-World-Survival-Game, wo wir in einer Welt spielen, die wir frei erkunden können mit unseren Pals. Ob wir sie reiten, fliegen, schwimmen, gibt hier mehrere Möglichkeiten, um die Welt zu erkunden, wo wir unsere eigene Basis bauen, in der wir Ressourcen abbauen, wie zum Beispiel Metalle, Holz, aber auch Züchten. Oder wir bauen uns Farmen, wo zum Beispiel unsere Pals dann Nahrung anpflanzen, die wir selber auch wieder verarbeiten, kochen, um zu essen zu machen, um unsere Pals zu füttern und aufpassen, dass nicht wie bei den Pals oben steht, dass sie hungrig oder dass sie eine Verstauchung haben, weil wir wollen ja, dass unserem Pals es gut geht. Ja, ich muss mich später drum kümmern. Ja, also ein Survival-Game mit nicht ganz so vielen Survival-Aspekten. Also ich habe jetzt hier nicht irgendwie, dass ihr noch auf Durst und so ein Kram achten müsst. Wir haben eigentlich nur Hunger, Essen, also was zu essen, um Hunger wieder aufzufüllen und ja, sonst überleben. Was ist aber der Aspekt, warum viele sagen, dass es geklaut von Pokémon ist? Ja, es liegt daran, da wir, ich sage mal, einerseits mit Pokémon-artigen Kreaturen leben. Ja, wir kommen nochmal dazu gleich, einige sind relativ Pokémon-inspiriert, muss man dazu sagen. Wir gucken uns, wie gesagt, da ein paar gleich an. Ich finde aber, man muss auch im Endeffekt das Ganze in Schutz nehmen, nur weil man, ich sage jetzt mal, Monster hat, mit denen man irgendwie kämpfen kann, ist das nicht automatisch ein Pokémon-Klon. Ich meine, wir haben Digimon seit Jahren auf dem Markt nie so bekannt geworden, also von der Größe im Welten zu Pokémon auf jeden Fall, was Spiele angeht, wo wir teilweise sogar auch statische Kämpfe haben, wo man Attacken auswählen kann, ja, also wie in Pokémon. Also da gab es das System ja sogar mit statischen Kämpfen. Und die sich auch entwickeln, ja, digitieren, kennen die meisten, also das war meine Kindheit, hier, Argo-Mon, Wargrey-Mon, beste Digimon ever. Oder auch Reihen wie zum Beispiel Dragon Quest gibt es ja auch schon Ewigkeiten, wo wir auch solche Art von Monster haben. Also das Pal-Bot ist nicht das erste Game, was in diese Richtung geht. Auch Pokémon-artige Klone gibt es auch schon viele, wie Temtem zum Beispiel, ja. Das Kampfsystem ist auch hier ein ganz anderes. Also wir haben hier, klar auch, dass man gegen Pals kämpft, diese aber Attacken entsetzt. Aber man muss dazu sagen, dass die Optik der Attacken sich da von Pokémon durch halber abschneiden könnte. Weil man muss sagen, ich finde, dass die Moves hier in diesem Spiel wesentlich besser aussehen. Aber es liegt aber auch an einer Sache, die man auch sagen muss, das hier sind halt komplett bewegbare Kämpfe. Das heißt, die Pals, habt ihr gerade gesehen, kämpfen ja von alleine. Sie laufen selbstständig rum. Wir können mal hier zum Beispiel zu einem Boss kurz gehen. Und was bei Pokémon nicht der Fall ist, man könnte in Richtung Legenden Archeos gehen, dass man im Kampf sich bewegen kann. Aber auch in Legenden Archeos war ja der Kampf an sich stillstehend. Der Pokémon selber. Wir haben ja auch Attacken ausgewählt, die genutzt worden sind. Hier ist es so, dass wenn ich jetzt meinen Pal hier gegen den Boss in den Kampf werfe, ist er selbstständig agiert. Es agiert ohne mich. Es setzt Attacken ein, die ich vorher festlegen kann, welche sie kann. Aber es kämpft ja komplett ohne mich. Ich könnte jetzt zusätzlich noch auf den Gegner mit drauf schießen oder ausweichen, falls ich angegriffen werde. Das haben wir bei Legenden Archeos auch. Aber sonst kämpft mein Pal ja hier komplett eigenständig. Also es ist auch ein ganz anderes Kampfsystem, was auch nicht vergleichbar ist. Klar würde ich persönlich das Kampfsystem mit Pokémon cooler finden, bin ich ganz ehrlich. Wenn wir da auch so einen Kampf hätten, wo mein Toddog selbstständig angreift oder auch ausweicht oder halt Moves einsetzt. Das würde ich schon ganz cool finden, dass das halt auch bei anderen Spielen von der Pokémon-Reihe so wäre. Da kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu, dass Palwelt auch eine Inspiration für Pokémon sein könnte. Aber wie gesagt, also da schon mal grundlegend sind da sehr große Unterschiede. Es sind Ähnlichkeiten, ja. Auch was viele halt sagen, ja, man hat ja auch das Fang. Klar, wir haben auch hier Bälle, wo wir, oh Gott, vollfällig ist vorbeigeworfen, wo wir hier auch auf Pals werfen können. Wenn wir sie vorher schwächen würden, wäre es ein bisschen besser. Also auch da haben wir ein System wie bei Pokémon. Klar, wir haben auch bessere Bälle, wenn wir die halt hier mit höheren Bällen werfen. Dann haben wir auch höhere Fangchancen. Hallo? Ich werfe hier vollfällmäßig vorbei in dem Video, ich merke schon. Ihr seht also, die Fangchancen war jetzt bei dem gelben Ball zum Beispiel höher. Ich will jetzt keinen höheren Ball werfen, weil Bälle kosten auch Ressourcen, die wir uns ja alle craften müssen. Ja, also wir haben sehr viele Ähnlichkeiten, wie gesagt. Auch von den Pals, also wenn wir uns mal angucken. Klar, man könnte jetzt hier einen Volley drin sehen. Mal haben wir noch viele andere Ähnlichkeiten, wo wir mal ganz kurz durchgehen können. Aber ihr seht, wenn ich hier durchstrolle, wird es schon ein bisschen schwerer, exakte Ähnlichkeiten zu finden. Wo man sagt, klar, eine Anlehnung, einen Pflanzenpaal, was mit einem Bogen schießt, könnte Silvaro sein. Aber es sieht aber nicht aus wie Silvaro. Klar, könnte man jetzt hier bei den Bienen zum Beispiel Hornwiesel sehen aus Pokémon. Wir haben, hier könnte man leicht Mewtwo reininterpretieren von der Optik her. Wir haben, was man da noch was Ähnlichkeiten aufweist. Klar, das ist ein grünes Liberlo, das sehe ich auch. Also es ist auch sogar jemand, der kickt. Also hier sind auch Ähnlichkeiten mit dabei. Wir haben aber auch noch so Sachen, wo es am schlimmsten ist, finde ich. Wo ich am schlimmsten von der Ähnlichkeit finde, ist Anubis. Anubis ist einfach ein Lucario-Verschnitt. Alleine, wir haben ja auch schon für Lucario und Pokémon Unite einen Pharaon-Skin. Also daher kommt da schon eine Ähnlichkeit hin. Aber zum Beispiel kann mir jetzt niemand sagen, ja wow, das ist ein Garados-Klon. Das ist eine blaue Schlange. Klar ist Garados auch eine blaue Schlange. Aber heißt es jetzt nur, weil wir Garados hatten, darf kein Game mehr eine blaue Schlange machen? Klar, könnte man als Easter Egg sehen, dass es die auch noch in Rot gibt. Und shiny Garados im Endeffekt Rot ist, dass da die Anspielung her ist. Aber trotzdem kann man ja nicht sagen, das ist jetzt exakt geklaut von Garados. Ja, nur weil es eine blaue Wasserschlange ist. Oder dass das hier ein Elec-Tag-Klon ist. Elec-Tag sieht anders aus. Das ist ein Elektropal so. Ja, klar, hier könnte man schon so Pokémon reinsehen. Aber ich finde hier zum Beispiel, hier sehe ich jetzt kein, ist Ho-O ähnlich vielleicht. Aber es ist halt kein Ho-O. Hier könnte man einen Knack-Krack drin sehen vielleicht. Ja, hier kann ich es fast wieder verstehen. Aber zum Beispiel, dass Leute sagen, ja, wow, das ist wie bei Arceus. Hey, der hat einen Ring um den Bauch. Ist das jetzt? Wisst ihr, was ich meine? Wo ist denn da die Ähnlichkeit? Nur weil der einen doofen Ring hat, ja? So, Jet Dragon könnte man wieder auf Latias, Latios so ein bisschen auch in die Richtung ziehen, okay. Aber ich würde sagen, wir reden hier von höchstens zehn Pals, ja. Hier, Icewood, da könnte auch Richtung Wolnona gehen. Aber wo sind denn die hier geklaut? Ja, wo kommt denn ein Sweeper her? Ja, wo kommt der Affe so her? Wo kommt denn Dumut her? Ja, gut, abweich ein Fleckmon-Gesicht, finde ich ein bisschen. Also, ich finde man, das darf man nicht so ganz kritisch sehen. Ich glaube, dass da eher die meisten Seiten so mit, ah, alles von Pokémon geklaut, finde ich eher ein bisschen schwer. Von der Thematik her. Ich würde sagen, Palworld ist ein komplett eigenständiges Spiel, was man nicht direkt vergleichen darf oder kann. Ist so meine persönliche Meinung. Und das Video jetzt zu lang geht, wir auf die Zeit gucken, weil wir labern, schlabern wir da wieder viel zu lang, merke ich. Also, abschließende Worte möchte ich sagen, Palworld ist ein Survival-Game, was sich Ideen von Pokémon gemopst hat, ja. Auch von anderen Games diese umgesetzt hat und ich finde gut umgesetzt hat, sodass es ein eigenständiges Spiel wird. Man merkt ja auch, dass es marktmäßig sehr, sehr gut ankommt. Wir sind weit über, also nicht weit, aber wir sind über 20 Millionen verkauften Exemplare innerhalb von zwei Wochen. Man muss dazu sagen, dass Pokémon in fast zwei Jahren 25 Millionen Verkäufe hat. Also, Palworld ist da kurz hinterher. Man muss aber auch dazu sagen, dass Palworld natürlich auch auf Steam und Xbox läuft, was tendenziell mehr Spiele hat als Nintendo. Ja, wenn Pokémon sagen würde, das nächste Spiel würde auf Xbox, Steam, Playstation und auf der Switch erscheinen, würde es wahrscheinlich die 50 Millionen Mark überschreitend locker. Ja, das muss man dazu sagen. Pokémon ist halt auch limitiert, weil eine Plattform und Palworld kann halt auch noch auf Playstation kommen oder wird noch auf Playstation kommen. Eventuell auf der Switch 2, ich denke Switch 1 nicht mehr, aber Switch 2, also auch da hat es einfach mehr Möglichkeiten, sich weiter auszubreiten. Man muss dazu sagen, dass ich, was ich gerade schon mal angesprochen habe, noch kurzen Aspekt. Ich finde, dass Palworld eine Inspiration für, oder Inspiration falsch war, dass Pokémon Ideen von Palworld nehmen kann. Und das ist gar nicht so schlimm, weil in der heutigen Spielewelt tut Konkurrenz das Geschäft beleben und viele Spielereien mobsen immer von dem anderen was. Früher war es FIFA und Revolution Soccer, wo der eine mal das Feature und dann übernommen. COD, Call of Duty, wir haben immer mal so ein paar Kleinigkeiten gehabt, die der andere um anderen auch leicht übernommen hat, weil die gemerkt haben, die Fans wollen das. Ja, ich meine, hey, Battle Royale hat auch nicht Call of Duty erfunden und auch nicht die anderen Battle Royale Spiele, sondern das fing, glaube ich, mit PUBG damals an und alle haben die Idee ein bisschen gemopst. Wisst ihr, was ich meine? Warum denn nicht? Und ich finde, dass Sachen von Palworld, gerade vielleicht das Basebauen, das bessere Farming- und Crafting-System, dass meine Pals im Team andere Pals supporten, dass alle Pals passive Fähigkeiten haben, die irgendeinen Verwendungszweck haben. Und wenn es nur Reiten ist oder wenn der im Team ist, alle Erdpals automatisch stärker werden, ohne dass er mitkämpfen muss, einfach nur, weil er im Team ist, es gibt viele Aspekte, die Pokémon sich anschauen könnte und könnte überlegen, sie in eine Legenden-Reihe einzubauen. Ich würde sie nicht zwingend in die Hauptreihe einbauen, weil ich glaube nicht, dass dieses Farming-System zum Beispiel in die Hauptreihe von Pokémon passt. Aber warum denn nicht die Legenden-Archeos, weil da hatten wir es ja schon. Wir hatten Sammelerze, um Bälle herzustellen. Wir hatten so ein System. Also könnte man das auch von diesem Spiel übernehmen und könnte es ein bisschen anders aufbauen. Lass uns unser eigenes Dorf bauen, lass uns unser eigenes Haus bauen. Wisst ihr, was ich meine? Warum denn nicht in diese Richtung gehen? Lass uns kochen. Es gibt genug Pokémon, die man benutzen könnte, wenn man sagt, hey, ich will jetzt hier einen Salat herstellen, dass man mein Feuer-Pokémon kommen muss und muss dann im Endeffekt mit Feuer darauf ballern oder hier mein Eis-Pol, also in dem Fall mein Eis-Pal tut meinen Kühlschrank im Endeffekt kühlen. Wisst ihr, was ich meine? Dieses System könnte Pokémon bei sich auch benutzen, dass sie sagen, okay, wir haben doch auch die Möglichkeiten und warum nicht? Ja, ich meine ganz ehrlich, kopiert es cool und benutzt es, warum denn nicht? Also heutzutage ist es in der Spielewelt nicht unüblich, sich Ideen zu mobben. Ich sage also abschließend, ist Palworld geklaut von Pokémon? Ich sage, nein. Sie haben Ideen genommen, ja, aber das waren andere Spiele auch, weil dann dürfte ja auch nie mehr ein Shooter auf den Markt kommen, weil auch da sind Ideen gemobst von anderen. Es dürfte nie wieder ein Battle Royale auf den Markt kommen, weil die Idee auch gemobst ist. Es dürfte nie wieder ein Fußball-Game auf den Markt kommen, weil, oh Gott, man hat ja bei FIFA geguckt, mittlerweile EA Sports. Wisst ihr, was ich meine? Also, nur weil man die Idee, ich meine, wenn man die Pals, ja, es sind ein paar kopiert, okay, aber vielleicht auch ein bisschen Marketing-mäßig, Leute. Vielleicht war das das geilste Marketing, was Palworld machen könnte, weil mal ganz ehrlich, wie viele Seiten haben darüber berichtet, dass die Pals von Pokémon geklaut sind? Fast alle. Ging das Game durch die Decke? Ja, hat Marketing richtig gemacht? Ja, das Marketing hat es richtig gemacht. Also, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, eure Meinung, die Kommentare, bis zum nächsten Mal und ciao.